so, rückwärts noch Halt! Halt! Ich schütze immer weiter. Ja, rückwärts andersrum nicht, oder? Andersrum nicht, oder? Vorwärts, oder? Und es kommt mit dem blauen auf. Du! Hallo, Papa! Hallo! Hinten runter runter. Andersrum! Na, kommst du nicht mehr raus. Machst du wieder runter. Ja, Mann! Ja, Tina, ich kann... Ja? Wie ist das? Wie ist das? Danke schön. Aber wenn Sie mal unten schauen... Wie ist das? Ja, mach ich noch. Kamp jedes Mal mal geholfen? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das so, okay? Wie ist das denn? Wie ist das? Das ist eine Brotscheche. Macht nichts. Hier operating. Das trorband des Depressionenómomachen, für mich will ich bringen Community delay und bei uns der App drauf an eine Diese assuming shotgun zu Gewinden? Jetzt ist affirm ich über dieses Kindleisch. Wie lange war das es der Anным iPhone vor warum nicht? Ich bin auch hinten mit der Axt rausgekommen, blau gebrochen, Mond berührt. So, dann haben wir wirklich geschärft. So, dann haben wir wirklich geschärft. Wie ist die Arbeit? Sehr gut. Der Zug schaut aber nur bei einer da hinten stehen. Aber nach dem ist gefahren worden. Komm frei runter. Das war's, das einzige was gemeinsam haben, sind drei Fahrzeuge runter. Ja, das ist der Eisbauer. Einfach. Ganz souverän. Fernsteuerung nehmen. Lass uns loslegen, wenn es braucht. Immer schön vorsichtig fahren. Ja, genau. Warte, warte. Einflang, einflang, einflang. Ah, gut. Einmal, einmal. Nein, hab ich gesagt, Christine. Du musst vorher nicht. Fuß zu einflangen, genau. Nein, rückwärts. Ja, jetzt geht's. Nein, immer noch nicht. Noch mal rückwärts, rückwärts, rückwärts. Nein, das geht nicht. Du musst sie platt machen, rückwärts fahren, dass die Stange unter dir ist. Genau. Jetzt gehen rüber. Warte mal kurz. Papa muss nachschreiben, der ist noch nicht so schnell. Hört, berührt, gebrochen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt kannst du weiterfahren. Ja, das geht nicht. Ja, da darf man nicht. Ja, das hat gesagt, das sollst du nicht machen. Krass, das geht nicht. Du musst ganz oben bleiben an dem Stange. Ich weiß nicht, ob ich jetzt verstehe, weil ich hab auch immer gelacht, wo es gebaut wird. Ich hab auch immer gemacht. Ja, das ist gemacht. Ja, das liegt aber auch dran, dass ich mit dem Stil vom Stapper einfach schnell okay bin. Da schalte ich mir einfach schön auf den Marsch. Ja, weiter, weiter, klar. Jetzt ist es gleich gemacht, tschau. Guck mal. Na, den schaffst du, oder? Kinder, brauchst du auch gar nicht? Was? Die? Ja? Ja. Ja, hier, hier, genau. Durchzug. Kann man das Auto da hinten hinstellen? Kann man das Auto da hinten hinstellen? Kann man das Auto da hinten hinstellen? Das war doch schön. Schau mal, das hatte ich jetzt so angenehm. Aber vorher noch nicht. Wenn man das tut, sollte man auch weg tun. Aber jetzt ist jeder drüber gekommen und bleibt da liegen. Das ist der Rommel zum Gebälk! Ja, die Ramme ist fast ein Teil, oder? Das ist aber mal ein Spurkopf. Scheiße. Für meinen Kieslaster habe ich ein Produkt auch lange gebaut. Könntest du auch was er gehabt? Ja, der geht auch so ein bisschen. Kann man halt so ziehen, mit so einem Ding. Ja, mit so einem Kletterlaster. Ja, das kann ich wieder auf. Das ist der Klaue. Naja, das war so ein Vorkenmeister. Ja, das war so ein Vorkenmeister. Ja, das war so ein Vorkenmeister. Mach mal an. Jetzt ist das hier so eine Stimmung. Das ist auch, deshalb war ich das Tor auch da, den Ausgang setzten, das ist nur ein Tor. Das ist vielleicht alles berühren oder brechen, aber du mischst nicht auf dem Dach und kommst nicht mehr weiter. Dann hab ich gesagt, okay, da fahrt ich durch, du rüber. Ole! Ich hab mein Licht auch noch drin. Meine Frau, da vorne im weißen Pulli. Ich stell dir die senkrecht. So, ist das Messer? Die hängt so ein bisschen mehr an. Ah! Wenn du da nicht durchkommst, das ist ein Scheinentor. Ja, wie da drüben, das war ja erst gerade verfügbar. Das ist ein Scheinentor. Wie bleibt das ist? Das sieht nicht, aber dann den linken. Den lenkst dir da mal abonniert. Kannste steinigen. So. So! Oh, Webzen gibt es Publikum. Die sind die Strecke. Die sind die Strecke. Es ist so gut, es ist so gut, es ist so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020